Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Der PTB für das Resident Evil Project WDSC ist nun endlich draußen. Und ich werde heute einfach mal so ein paar Änderungen vorstellen. Und ich kann schon mal versprechen, die Änderungen und die neuen Inhalte, die wir erhalten werden, sind großartig. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Und zwar mit der Survivor-Seite. Denn Jill Valentine hat das erste Mal seit, ich glaube, einem Jahr endlich das Phase-Rework erhalten, auf das wir alle gewartet haben. Jill Valentine sieht nun endlich so aus wie aus dem Resident Evil 3 Remake. Und no joke, das ist für mich persönlich einfach der beste Change in diesem DLC, in diesem Chapter. Weil darauf habe ich so unfassbar lange gewartet. Ich habe sie nie aktiv gespielt, einfach weil sie schrecklich aussah. Sie sah so unglaublich hässlich aus. Aber nun haben sie sie gefixt und sie sieht wirklich gorgeous aus. Ich liebe sie. Sie sieht großartig aus. Dasselbe haben die tatsächlich auch mit Claire gemacht. Claire sieht auch mehr aus wie Claire Redfield. Das finde ich sehr, sehr gut. Claire hat nur so ein paar Dinge, wo ich sagen würde, okay, das könnten die noch anpassen. Aber grundsätzlich im Vergleich zu vorher sieht sie nicht mehr aus wie ein Zombie. Also ja, aber vor allem Jill Valentine sieht wirklich... Ach, ich bin froh. Ich bin wirklich, wirklich froh. Also ich glaube, man hört es mir auch an. Immer wenn ich auf Jill gucke, muss ich jetzt einfach grinsen. Es ist einfach... Ja, sie sieht großartig aus. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass sie es endlich geschafft haben, ihr Gesicht zu fixen. Zusätzlich haben wir dann auch noch die zwei neuen Zweiver und zwar einmal Ada Wong, die haben wir hier oben und Rebecca Chambers. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Rebecca. Sie sieht so aus. Sehr, sehr cute tatsächlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr Model haben sie sehr gut getroffen. Und ja, wir schauen einfach mal, was für Perks sie hat. Sie hat die Perks Better Than You, Reassurance und Hyperfocus. Und Hyperfocus macht, dass sobald du einen Skillcheck bekommst, einen großartigen Skillcheck triffst, du einen Token erhältst. Du kannst maximal sechs Token haben. Jedes Mal, sobald du einen Token bekommst, wird die Wahrscheinlichkeit, einen weiteren Skillcheck zu bekommen, um zwei Prozent erhöht. Zusätzlich wird die Geschwindigkeit von den Skillchecks, die du erhältst, um vier Prozent erhöht. Und der Progression-Bonus für großartige Skillchecks wird jeweils um 30 Prozent des jeweiligen Gegenwertes erhöht. Das ist ein Perk, den ich mir sehr, sehr stark vorstellen kann mit Stakeout von Detective David Tapp. Denn ja, du bekommst halt dann immer großartige Skillchecks und du triffst die immer wieder. Das kann sehr, sehr nasty sein, wenn das vier Survivor gleichzeitig verwenden, kann ich mir denken. Da bin ich sehr gespannt, wie das in einem Live-Match sein wird. Reassurance macht, dass sobald du, ja, sechs Meter um einen festgehackten Survivor stehst, du mit deiner Ability-Taste sozusagen den Survivor, den Struggle-Progress, einfach stoppen kannst. Das ist sozusagen wie ein umgekehrtes Kameradery. Bedeutet, derjenige, der am Haken ist, muss nicht Kameradery verwenden, sondern derjenige, der zu dem Survivor hingeht, der gerade am Haken ist, kann einfach dafür sorgen, dass der Wiggle-Progress für 30 Sekunden blockiert wird. Und das Gute an diesem Perk hier ist, du kannst es so oft verwenden, wie du möchtest, allerdings hat es einen 40 Sekunden Cooldown. Und das einzige Problem, was ich mit diesem Perk sehe, ist, dass es tatsächlich mit Kameradery stackt. Und das sorgt dafür, dass du eventuell von Teams, von SWF-Teams, gegrieft werden könntest. Das bedeutet, sagen wir mal, du spielst Solo-Cue und du hast einen 3er-SWF in deinem Match und die mögen dich vielleicht aus irgendeinem Grund nicht. Und dann können die dafür sorgen, dass wenn die alle diesen Perk haben, dass du für literally zwei Minuten am Haken Horset gehalten wirst, weil du dich einfach nicht sterben lassen kannst. Die einzige Option, die du hast, vielleicht die ziehen. Und das stelle ich mir ein bisschen problematisch vor. Es sollte in meinen Augen nicht mit Kameradery stacken. Ich denke aber, dass da definitiv noch Änderungen bezüglich des Live-Releases gemacht werden. Dann haben wir noch Better Than You. Das macht einfach, sobald du ja einen Survivor komplett gehealt hast, dieser Survivor für 35 Sekunden einen Speedboost von 6% hat, in Generatoren reparieren, Healing, Opening Chess und Cleansing Totems. Straightforward, so ein bisschen wie Oversellis, das alte Oversellis von Heddy Kaur. Gefällt mir, nichts Besonderes, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Ada Wong rüber. Sie sieht nämlich so hier aus. Ada Wong sieht auch wirklich fantastisch aus. Also Ada Wong ist so mein zweites Highlight innerhalb dieses Chapters. Einer meiner liebsten Survivor jetzt schon, neben Jane und Jill. Und ja, wir schauen auf einmal, was für Perks sie hat. Beginnen wir mit Low Profile, meinem wahrscheinlich liebsten Perk in diesem Update. Low Profile macht, dass, sobald du der letzte Survivor bist, in einem Spiel, deine Scratchmarks und Pulse of Blood für 90 Sekunden vor dem Killer versteckt werden. Da, denke ich, kann man sehr, sehr interessante Perk-Kombinationen und Perk-Builds draus machen. Klingt erstmal sehr, sehr schwach als einzelner Perk, aber ich glaube, in Kombination mit Left Behind und so, kann das tatsächlich ziemlich, ziemlich cool sein. Also, mag ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir Reactive Healing. Und das ist ein Perk, den habe ich noch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Reactive Healing macht, dass, sobald ein Survivor 32 Meter um dich herum ein Health State verliert und währenddessen du auch selber injured bist, deine Healing Progression um 35% ergänzt wird. Was ich glaube, was es bedeutet, ist, dass, sobald das Ganze passiert und du sozusagen dich selber noch nicht geheilt hast, einfach 35% automatisch von dir schon geheilt werden. Ich glaube, das ist, was es bedeutet. Wenn nicht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber die haben diese Perk-Beschreibung wirklich sehr, sehr kompliziert gemacht. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Dann haben wir Wiretrap. Das ist so ein bisschen wie Blast Mine, würde ich behaupten. Sobald du einen Generator für 33% reparierst, wird dieser Perk aktiviert. Und, äh, ja, sobald du dann 3 Sekunden an einem Generator arbeitest, kannst du Wiretrap auf diesem Generator installieren für 80 Sekunden. Und dieser Generator ist, äh, ja, gelb gehighlighted für alle anderen Survivor in diesem Match. Und jedes Mal, sobald du diesen Perk aktivierst, beziehungsweise sobald du ihn generell aktivierst an einem Generator und der Killer innerhalb von 14 Meter um den Generator rumläuft, wird die Aura des Killers zu jedem Survivor revealed. Und das ist so ein bisschen, äh, wo ich sage, krass. Also, wenn das wirklich jeder Survivor in einem Competitive Match oder so verwendet und dann irgendwie 4 Generatoren auf Gideon Meat plant oder so mit Wiretrap infiziert sind, das bedeutet, dass die Survivor einfach die ganze Zeit irgendwie Aura-Rating haben, sobald der Killer sich irgendwie ansatzweise einem Generator nährt. Das ist ziemlich cool, aber kann wahrscheinlich auch ein bisschen nervig sein. Aber, let's be real, du wirst nie irgendwie 4 Survivor gleichzeitig in diesem Perk verwenden, dementsprechend ist es fein. Und es stackt nicht mit Open-Handed von Ace, soweit wir wissen. Bedeutet, das ist ziemlich cool. Und natürlich haben wir da auch noch den Killer. The Mastermind. Albert Wesker ist nun endlich in Dead by Daylight. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal zu seiner Power. Und zwar Virulent Bound. Er hat die Special Ability Ouroboros Infection. Und das macht einfach, dass du mit deinem Ouroboros einen Survivor infizieren kannst. Und sobald er komplett infiziert ist und du den Survivor grabs mit deinem Ouroboros, du ihn direkt auf die Schulter nimmst und festhaken kannst. Du kannst also sozusagen, sobald sie komplett infiziert sind, direkt grabben mit einem Hit. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Und sollst du sie nicht hitten, laufen sie die ganze Zeit mit einer geminderten Geschwindigkeit. Denn sobald sie komplett infiziert sind, haben sie den Hindered-Effekt. Bedeutet, sie laufen langsamer. Und zwar deutlich langsamer. Ich weiß gerade nicht den genauen Prozentsatz, aber ich glaube ungefähr so 100% oder so. Also die laufen langsam. Die laufen sehr, sehr langsam. Also das ist tatsächlich etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Ähm, zusätzlich kannst du mit deinem, äh, Ouroboros, äh, so ein bisschen dashen. Ähnlich wie Blythe. Du hast zwei Tokens. Mit dem ersten Token dashst du, ähm, ja, ne, ne gewisse Geschwindigkeit, äh, ne gewisse Distanz, nicht viel. Aber mit dem zweiten Dash umso weiter. Äh, so ein bisschen umgekehrt wie Nurse. Bei Nurse ist es ja so, dass der, äh, erste Blink der, äh, längste ist. Und der zweite Blink der kürzeste. Hier ist es genau andersrum. Hier ist es, äh, so, dass der erste Blink, in Anführungszeichen Blink, der kürzeste ist. Und, oh my god, what the fuck. Das hab ich selber noch nicht gesehen. Holy shit. Okay, dann, ja, wow. Das sah ziemlich, ziemlich cool aus, um ehrlich zu sein. Das wusste ich nicht, dass er diese Animation hat. Ähm. Ja, also der erste Blink, in Anführungszeichen, ist der kürzeste und der zweite ist der längste. Und selbst mit dem ersten kannst du einen Survivor schon grabben, egal ob er infected ist oder nicht. Und du kannst den Survivor gegen Objekte werfen und einfach wirklich um die Map rumwerfen. Und es gibt Addons, die das Ganze sogar noch increaseen, also die Reichweite. Bedeutet, du kannst Survivor nun grabben und dann entweder gegen Objekte werfen oder gegen andere Survivor. Und dementsprechend verlieren sie dann einen Health State. Oder du wirfst die einfach unfassbar weit weg. Dadurch verlieren die Geschwindigkeit und es sieht einfach fucking witzig aus. Es sieht so funny aus. Ähm, ja. Also ich werde wahrscheinlich im Hintergrund gerade so ein bisschen Gameplay am Laufen haben. Wie das Ganze aussieht, ist es, äh, wow. Es ist so unglaublich witzig. Es macht echt wirklich Spaß. Survivor haben die Möglichkeiten mit, äh, First Aid Sprays, die auf der Map spawnen, in Crates, in Supply Crates. Äh, diese Infektionen von sich wieder loszulösen. Äh, pro Supply Crate haben die zwei Charges. Bedeutet, pro Spray haben die zwei Charges. Ich weiß nicht, wie viele spawnen. Ich glaube vier. Bedeutet, vier, dementsprechend achtmal können sich Survivor innerhalb eines Matches von dieser Infektion lösen. Das finde ich erstmal ein bisschen viel. Aber okay, vielleicht, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht hat das irgendwie einen größeren Sinn. Vielleicht ist das dann doch im Endeffekt irgendwie, äh, so reguliert, dass, äh, ja, dadurch, dass USK einfach so unglaublich stark ist, so ein Change dann vielleicht gerechtfertigt ist. Aber ich muss sagen, Violent Bound ist eine sehr interessante und unique Power und ich bin einfach nur fasziniert, was sie aus Albert Rescue rausgeholt haben. Ähm, ich hatte nicht gedacht, dass das tatsächlich so interessant als Killer sein könnte. Also, ich, äh, kann nicht viel mit den alten Resident Evil Teilen anfangen. Ich bin ein riesiger Fan von Resident Evil 7 und 8. Resident Evil 8 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, genauso wie 7. und dementsprechend, äh, ja, äh, sind die alten Spiele noch so ein bisschen Neuland für mich. Ich kenne mich grundsätzlich relativ aus, ich weiß ungefähr, worum es geht, aber so wirklich interessiert hat es mich nie wirklich. Aber trotzdem freue ich mich, dass Albert Rescue jetzt im Spiel ist und ich finde, die haben wirklich einen sehr, sehr guten Job geleistet. Pretty good job so far, wie, äh, ja, äh, Matthew Cote sagen würde. Zusätzlich wurde die APD Map, Raccoon City Police Department, in zwei Teile aufgesplittet. Einmal in den West Wing und einmal in den East Wing. Zusätzlich kann man die obere Etage der Library nicht mehr betreten, auf beiden Variationen nicht mehr. Also, ja, diese Balancing Issues, die man da hatte, die sind nicht mehr vorhanden. Das freut mich schon mal zu hören. Allerdings ist, äh, laut den, ja, laut den Erfahrungen von anderen Spielern und laut meinen eigenen Erfahrungen, äh, der West Wing von Raccoon City Police Department noch stärker als vorher, wenn es darum geht, wie Survivor-Sighted die Map ist. Also, Raccoon City Police Department, West Wing ist tatsächlich sehr, sehr stark für Survivor. Der East Wing ist fein, West Wing ist wirklich fucking ridiculous. Also, du hast so viele God-Pallets. Die Map wirkt teilweise sogar noch größer, da die, äh, Gänge breiter sind jetzt. Und du hast eine Anzahl von Paletten auf einem kleinen Raum, sodass es wirklich gar keinen Unterschied zu vorher macht. Also, du hättest einfach altes APD beibehalten können und es hätte keinen Unterschied gemacht. Es wäre wahrscheinlich sogar besser für den Killer gewesen, als jetzt so eine West Wing-Map zu haben. Äh, ja, die müssen definitiv die ein oder andere God-Palette, äh, entfernen. Aktuell ist mir das einfach viel zu oppressive und stark. Also, das ist einfach nicht spaßig. Äh, East Wing ist fein. East Wing, äh, macht Spaß, aber West Wing ist wirklich, äh, ja, nein. Ist es, ist es nicht gut. Ist, ist, ist schrecklich, um ehrlich zu sein. Also, ja. Diesbezüglich, ähm, kein guter Change. Das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ihr mehr PTB-Gameplay sehen wollt, dann, äh, seid darauf gefasst, dass die nächsten Wochen tatsächlich das ein oder andere Video noch online kommen wird, wo ich, äh, ja, Albert Uazka spielen werde. Und, äh, ja, ich bin fasziniert von diesem Update. Was sagt ihr? Wie gefällt es euch? Ich bin heilfroh, dass, äh, Jill Valentine jetzt endlich gefixt wurde. Und Adam Wong im Spiel ist. Mir wollte ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach nur hin und weg. Die Perks sind super. Nicht die stärksten, aber auch nicht die schlechtesten. Also, man hat zwar hier und da so ein paar schwache Perks, aber grundsätzlich, overall, finde ich, äh, relativ gebalanced alles. Die Addons von Westka sind, äh, ziemlich, ziemlich stark. Also, jetzt nicht wie Nemesis. Äh, ich hab die jetzt nicht geshowcased, weil so interessant ist es erst, wenn man, äh, ja, verstanden hat, wie Westka auch zu 100% funktioniert. Da solltet ihr euch vielleicht Videos von Aztaba anschauen. Er ist da wahrscheinlich tiefgründig darauf eingegangen. Aber ich würde sagen, dann war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Lasst mir gerne etwas Feedback in den Kommentaren da. Dann, äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Hm. Let's finish this. Hm. 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 Vielen Dank.